Oh Sumina, hier ist wieder MindoFreak. Ja, wir machen gleich mal bei Level 2 Dingsy weiter. Ja, LEDs. Wie gesagt, das Video wird immer so hochgeladen, ein Level. Und wenn ich das Level nicht schaffe, dann müsste es wohl zweimal sehen, oder dreimal, oder viermal, oder fünfmal, oder noch öfter. Zehn Minuten für exakt 1000 Watt werde ich wohl hinkriegen, hoffentlich. LEDs im Schrank. Survival Jumps von euch klein, wie süß. Süß, äh, ui. Süß, süß. Was ist eigentlich süß? Die Definition von süß ist doch eigentlich besser. Wenn man die Let's Play ist von Matsu sieht, von John 216, der die ganze Zeit alles süß findet, der Zombain süß findet, der der Luchi süß findet, wenn Embra dann ausrasst. Und, ne, ne. Extreme Bewegung. Äh, genau. An euch will ich. Mehr mit euch. Ich hab nicht gesehen. Kumpel. Kumpel. Scheiße, ne. Wie kannst du dich, wie, wie kannst du dich bitteschön unter einem Dingsy verstecken? Ja, wie dann brauchst du? Ich wäre dankbar, wenn du jetzt, genau, bist. Oh, ihr glitscht euch durch das Regal. Äh. Ich lass mir hier an dem Schrank zu viel Zeit. Das ist, ich lass, wo hänglich? Ja. Ich lass mir an einem Gegenstand immer viel zu viel Zeit. Und, hups, war Absicht. Oh, witzig. War Absicht. Er hat etwas gemacht, um dann zu sagen, dass es Absicht war. Diesen Flur hier werden wir noch öfter sehen. Ich mag dieses Spiel. Dieses Auge fürs Detail wirklich, wie viel Gegenstände programmiert werden mussten, die dann noch richtig hinzusitzen. Und da ist nichts. Ähm. Überall tot, verschlossen. Wir sehen so derbe Schwede, kann ich nicht hochheben. Komm. Komm. Ihm. Ich kann nicht. Okay, wir müssen hier noch mehr finden. Ich könnte jetzt schon ein bisschen bewegen. Äh. Verdammt. Pferdarmt. Pferdarmt. Wo hab ich das aufgeschafft, dieses Pferdarmt? In irgendeinem Kommentar habe ich das mal gelesen. Pferdarmt. Pferdarmt. Klingt irgendwie wie so einem russischen Gang. Okay, wo ist... da ist sie richtig Stehleuchte-Energie ja diese eine L die hat es unser Leben gerätet weil wir sie Stehleuchte an machen können und dadurch dann mit schweren Sachen geben und würdest mit angeben ich verwende schon mal das hier verdammt lieber Kommentarmann der einmal in meinen Kommentaren verdammt geschrieben hat nein wenn die da wechseln sind sofort der krabbelt jetzt der hat sich irgendwie darunter geklitscht den hören wir jetzt für sein den hören wir jetzt für den Rest seines Lebens bis er tot ist hören wir den da unten wie er pst macht die ist 500 Watt mehr das haben wir ja fast pst den hören wir jetzt unsichtbare Wand wir können so kann man wenigstens nicht die Treppe runter fallen liebe Kinder ganz langsam geht sie auf okay jetzt können wir schwerere Dinger heben die machen so süße Geräusche ja wie man hört an meine Stimme ich bin ein wenig krank ich habe die letzten zwei Wochen krank was keine Videos und das sind noch mehr schränke hi hi bleib offen bleib offen hab ich gesagt bleib offen wenn ich mir selbst im Weg stehe dann heißt das dass ich schlecht in einem Spiel bin irgendwo kann eine Tür geöffnet werden ich würde sagen wir befassen uns auch nicht mehr lang mit dem Schrank hier und machen uns mal sofort an die Tür die geöffnet werden kann würdest du bitte weggehen nicht du Energie du darfst ab dann so jetzt öffnen wir hier noch und dann gehen wir durch die Tür die epische Tür die die Tür die uns noch mehr Kohle verdammt bleib offen verdammt schalter ich werde irgendwann ich finde es cool bei dem Spiel du ballerst sinnlos rum die ganze Zeit auf einmal macht's blub 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 Musik irgendwelche Musik ertönt und da ist da was Neues und da was Tolles und alles ist wunderbar und ich hab grad was kaputt gemacht und ich hau das Ding jetzt so stark dagegen da kann doch jetzt irgendwo eine Tür geöffnet werden oh schalter ja klitscht euch mal durch die Tür durch ja genau husten ja ja ihr müsst nicht alles zerstören können wir jetzt Toilettenenergie machen Toilettenenergie Toilettenenergie ja Toilettenenergie Toilettenenergie Doilettenenergie ja ja hier muss man drehen und öffnen ei gude LED ist frisch gebadet in der Doilette 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 die verstecken sich im Kloräumen muss ich noch mehr sagen Achtung Achtung Seht genau hin Oh, verdammt. Falsch. Ich wollte euch die LEDs... Dieses gelbe MiU-Eledy-Warte. Oh, nein. Nein, nicht die Tourette. Ja, genau. Verdammt. Ich will es euch zeigen. Okay. Es funktioniert. Ich weiß es. Ich habe es schon gemacht. Nee. Nach Tampons durchsuchen. Extreme Tampon-Durchsuchung. Mach mal auf hier. Wow. War mir klar, dass wir das jetzt schaffen. Nein, was? Ja, ich mache weiter. Ich habe ja noch vier Minuten. Kommi. Gut, dass die Tür zu ist, so können sie nicht abhalten. Ja, das Wasser läuft sinnlos und du singst. Ich habe es zerstört. Haha. Ich habe es zerstört. Du hast gesehen, wie ich es zerstört habe. Können wir das nochmal machen? Ich glaube, das kann man zweimal. Nein, das kann man nicht. Extreme Tampon-Durchsuchung. Nein, niemand will nach Tampons suchen. Nicht mal ich will das. Und ich bin schon verrückt. Ich höre euch. Ich sehe euch. Ich hoffe, ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich sehe. Hier kann man nicht anmachen. Geh mal auf. Yay. Nein. Süß. Wie süß. Jetzt können wir hier eigentlich alles vergüsten. Nein. Wir können so einen Topf mit einem Baum drin hochheben und wegschmeißen. Wir können einen Schrank wegschmeißen, aber wir können nicht das Ding hochheben. Dreht am besten mal eure Lautstärke ein wenig runter. Sonst kommt noch eure Muddy und nun beschwert sich. Weil der nur nur so laut rumliegt. Muddy. Hier. Mach an. Er bewegt sich, soviel ich weiß. Hat er sich immer alleine. Ich kann in Leere. Ne, ob die Leer sind. Ist in der andere Geschichte. Was ist das denn? Was ist das denn? Scheiß drauf. Wo ist es? Ingewincht. Wow. Ech. Gude. Ei, gude. Ah, damit. Yo. Was, wo? Ach, hat es lange gedauert. MGH-Drücker? 30 Kilo, Alter. Ey. Du. Wir kämpfen um jedenfalls in Energy. Ja, das ist es ja, wir haben sogar plattgemacht. Man kann mit Gegenständen auf LEDs draufklopfen. Man kloppt da so der wird drauf. Bim, 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 bim. Oh. Wir sehen. Total platt. Wow. Tür. Yay. Wo ist der Rote hin? Hat er schon wieder versteckt? Nein, da leuchtet er. Gut, dass ihr leuchtet. Gut, dass ihr leuchten könnt. Leuchten tuten könnt. Wow. Würde die Tür bitte aufbleiben? Da wäre ich dankbar. Würdest du? Wow. Du traust 30 Sekunden raus. Die Zeit ab. Die Tür. Nee, ich weiß, wo es eine Tür ist. Die war mal. Vorhin im Bus, als ich heimgefahren bin, da waren so intelligente Menschen drin. Mein Frühstück hat intelligentere Sätze von sich gegeben. Alles rausräumen. Alles rausräumen. Wenn du Steady sieht, der tötet mich. Wow. Lila, Lila, Lila. Mew, 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 LED. Mew, LED. Ach weiss. Hat alles. Ich, Bude. Alles der war einfach einsam. Wir haben noch 30 Sekunden. In der Zeit können wir diesen LL einsammeln, der da steht. Ganz umschuldig. Komm, komm, Topfpflanze. Ich brauche Platz! Ich brauche Platz! Ja! 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 LED Keks lockt eine Zeit lang LEDs an. Ja! Ja! Entschuldigung. Das mit dem LED Keks war jetzt zu episch, das müsst ihr zugeben. Köh, 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 köh. So, ich hab's überlebt. Wir haben's geschafft. Die zweite Mission beim ersten Versuch geschafft. Knapp das Doppelte an Watt gesammelt. Nicht Volt, Watt. Und das war ein S-Rang. Ja, wir haben ein S-Rang. Entschuldigung. Das war nicht sehr... Gentleman-haft-dingst. Wir sehen uns in der nächsten Mission. Mission 3. Und wir können uns ja schon mal angucken, was die dritte Mission ist. Du kannst die Stufe nur nehmen. Das sind unnötige Informationen. Jo, wir speichern. Menü. Nächstes Mal in der dritten Mission, da sind wir dann in Wohnzimmer, Schlafzimmer, Büro. Ich weiß nicht. Sind wir in Schlaffenland? In Kanto, in Joto? In Höhen? In Sinno? In, ich weiß nicht, wie die neue Region von Schwarz und Weiß heißt. In Dreamland? Im 100-Morgenwald? In Mama und Papas Zimmer. Ja, im Schlafzimmer habe ich ja gewusst. Wir sehen uns in der nächsten Partie. Ciao, ne?